Schön zickzack hier, herrlich. Und da geht er hinein, das ist prima. Und es kommt raus, was zur Hölle ist das? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory mit der Purex Mod, meine lieben Freunde. Die sagenhaft komplizierte Purex Mod, aber wir sind mittlerweile gar nicht mehr so hinterher mit der Purex Mod. Tatsächlich haben wir eigentlich schon einen ziemlich guten Anteil geschafft. Ah, von der Purex Mod. Ich musste leider mit Entsetzen feststellen, dass diese Anlagen hier mit der Verarbeitung aus der Purex Mod von dem Melted Nuclear Waste, was wir beim letzten Mal gemacht haben, und insbesondere hier das Isotopenwasser, dass das schon einen ganz schönen Strahlungsaufwand hier produziert. Das ist schon gar nicht so ohne, meine lieben Freunde. Genau. Kurz nochmal zur Erklärung, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben beim letzten Mal geschafft, diesen Teil, den Melted Nuclear Waste, und Nuclear Solvent in eine Raffinerie einzufüllen. Ein Teil davon, von dem recycelten Nuclear Waste, geht wieder zurück in diesen Bereich hier. Und jetzt haben wir hier das Isotopenwasser, das hier, das jetzt wieder in eine Raffinerie geht, und wiederum gespeist wird vom Uranium-Separator. Und dazu müssen wir jetzt erstmal, in diesem Schritt, den wir jetzt machen, Sulfuric Acid, also Spefelsäure, verpacken in Behälter und entsprechend Nitrit Acid in eine Raffinerie geben, wo dann der Uranium-Separator rauskommt, den wir dann gemeinsam mit dem Isotopenwasser in eine weitere Raffinerie geben. Und dann sind wir eigentlich schon gar nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Hier ist übrigens ein Fehler. Will ich an der Stelle mal gleich hier richtig, ja, den Blick drauf lenken. Hier steht, dass zweimal Uran-Pellets in den Manufaktor eingeführt werden, aber das stimmt nicht. Eines davon ist Plutonium, sind Plutonium-Pellets. Nämlich hier, wo das Plutoniumwasser rausgeht, in die Raffinerie kommen Plutonium-Pellets raus, das obere, und das geht dann in den Manufaktor. Kann ich euch auch gleich mal zeigen hier. Wir können einen Manufaktor hier aufbauen, tatsächlich. Und dann werdet ihr das sehen, wenn ich jetzt hier mal schaue. Genau, das ist ja das Endprodukt. Darum geht es ja, um die recycelten Uranzellen. Und da sehen wir, da sind einmal Plutonium-Pellets benötigt und einmal Uran-Pellets. Für alle, die sich da vielleicht auch schon gefragt haben, hä, wieso muss man da zweimal das gleiche Produkt einführen? Das ergibt keinen Sinn. Ja, das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Das ist nämlich ein Fehler hier in der Übersicht. Mein Spickzettel hat einen Fehler. Das ist ja in der, wenn ich den dann in der Arbeit benutze, um zu spicken, da bin ich ja dann voll am Popo. Das gibt es ja gar nicht. Okay, pass auf jetzt hier. Jetzt müssen wir hier wieder zurück. Genau. Wir müssen erst mal jetzt die Sulfuric Acid verpacken. Wir müssen erst mal Acid verpacken, ja. Schön Acid verpacken. Und das heißt, ich muss jetzt mal da hoch zu unserer Schwefelsäureanlage. Oder nee, warte mal. Das wollten wir hier unten machen, genau. Das wollten wir direkt hier machen. Hier haben wir schon zwei Anlagen aufgestellt. Oder nee, Moment. Hier unten wollten wir... Moment. Was wollten wir jetzt mal? Wollten wir hier die Schwefelsäure verpacken? Habe ich hier schon was ausgewählt? Nee, ich habe hier auf jeden Fall schon zwei Raffinerien aufgebaut. Ähm, Moment. Package Sulfuric Acid. Da brauchen wir Schwefelsäure und Behälter, genau. Werden die jetzt eigentlich verbraucht, die Behälter? Wie ist denn das eigentlich? Und was ist Hydrogen Peroxid? Das ist auch noch so eine Frage. Da habe ich auch keine Ahnung, wo das herkommt. Egal. Wir gucken mal hoch. Ich hoffe, die Anlage für die verpackte Schwefelsäure war jetzt nicht der Teil, wo die Behälter aufgebraucht wurden. Allerdings wäre das auch egal, weil wir können theoretisch hier jetzt auch noch eine Verarbeitung von dem Polymerharz machen. Ich weiß, ah, nicht runterfallen. Gott. Ich will jetzt nicht sterben hier. Also wir könnten theoretisch auch eine Verarbeitung von dem Polymerharz machen. Das hier bei der, ähm, was war das hier nochmal? Nuclear Solvent, genau. Was bei der Produktion hier auskommt, weil wir brauchen ja dann quasi auch noch eine Behälterproduktion. Jetzt doch noch tatsächlich. So, hier war Schwefelsäure, ne? Da oben war Schwefelsäure, so. Genau. Fliegen wir mal da mal hoch. Wenn wir Schwefelsäure jetzt verpacken wollen. Und wie viel geht hier durch? 300 Kubikmeter, ne. 72, warte mal. Wie viel wird hier produziert? Müssen wir mal gerade einen Überblick verschaffen über die Zahlen. Die Zahlen sind hier jetzt entscheidend, meine lieben Freunde. Die Zahlen entscheiden über Leben und Tod. Genau. Das ist vollgelaufen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Das scheint nicht wirklich verbraucht zu werden, so in dem Maß. So weit zumindest. Sind ja 100 Kubik, die hier immer rauskommen. Also es ist ein komplettes Rohr. 300 Kubikmeter. Dann machen wir jetzt einfach erstmal eine Anlage für die Schwefelsäure Verpackung. Das machen wir jetzt einfach hier so daneben noch. Wobei hier wäre eigentlich besser, wenn wir hier, wenn wir hier gleich Wasser haben. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Erstmal, erstmal eine Plattform bauen. Ja, erstmal eine Plattform bauen. Die Plattform kommt immer zuerst. Die Plattform kommt immer zuerst und dann kommt der ganze Rest. Sehr schön, so. Gehen wir mal in eine Raffinerie. Und die stellen wir jetzt einfach erstmal hier so hin. Genau. Also, warte mal. Ich stelle sie mal so mittig. So hier hin so. Und dann machen wir da mal eine eine Kreuzung hin. Ja, nach unten. Genau. Und dann füllen wir mal schon Schwefel. Hä? So. Füllen wir mal schon Schwefelsäure rein. Genau. So. Und dann machen wir hier als Blueprint Package Sulfuric Acid. So. Leere Kanister. Leere Kanister habe ich dabei. Passenderweise. Strom ist gar nicht dran, ne? Genau. Strom brauchen wir. Dann nehme ich jetzt mal nicht den da. Dann nehme ich jetzt mal stelle ich jetzt mal einen großen Mast hier hin. So. Dann können wir ein bisschen noch verteilen. So. Jetzt funktioniert das hier schon mal. Genau. Die Frage ist jetzt ist das hier die Stelle wo die Kanister dann verbraucht werden für das Abfüllen. Jetzt müssen wir dann mal schauen ob die Kanister wieder rauskommen bei der Verarbeitungsanlage die wir jetzt dann unten aufstellen. Genau. Also wir haben jetzt diese verpackte verpackte Schwefelsäure. Wie viel kommt da pro Minute raus? Zwölf Teile pro Minute. Jetzt muss ich mal nochmal nach unten schauen. Wir wollen den Separator jetzt produzieren. so den wollen wir jetzt hier machen. Deswegen haben wir das hier glaube ich auch aufgebaut. So war das. Uranium Separator. Genau da brauchen wir das. Und da brauchen wir 18 pro Minute. Zwölf sind oben. Das heißt wir brauchen deutlich mehr verpackte Sulphuric Acid. Und hier kommt tatsächlich kein Behälter hinten raus. Also hier wird es tatsächlich dann verbraucht der Behälter. Das heißt oben für die für die Produktion brauchen wir auf jeden Fall eine Produktion eine Behälterproduktion weil die hier unten aufgelöst werden quasi. Der Säure hier die hier reingefüllt wird noch. Okay. Alles klar. Musste ich jetzt mir nochmal musste ich jetzt nochmal mir im Klaren drüber werden. Das wusste ich jetzt nicht mehr genau. Aber ist für euch auch mal ganz gut damit ihr seht wie komplex das hier eigentlich ist und was man hier eigentlich gerade beachten muss alles. Bei der einen Anlage da hinten da da wird einfach der Behälter wieder rausgegeben hinten und hier bei der hier jetzt wieder nicht weißt du als allererstes brauchen wir Behälter und damit ich das jetzt leichter aufbauen kann werde ich jetzt hier nochmal ein paar von diesen invertierten von diesen Ecken hier benutzen um das hier mal zuzubauen und ich weiß jetzt nicht weil das Wasser ging jetzt nochmal wohin das ging irgendwo hin wo was unten gebraucht hat ich glaube das war die Zementverarbeitung hatten wir hier noch eine Wasserleitung die wir noch nicht genutzt haben für irgendwas ja die hier warte mal die ist doch gut pass mal auf dann nutzen wir diese Wasserleitung jetzt nicht hier sondern die benutzen wir jetzt um mit dem Polymerharz direkt hier nebenan erstmal oder mal Polymerharz und Wasser Kunststoff zu machen genau Kunststoff und dann in der Verarbeitung entsprechende Behälter für die Schwefelsäure so rum das ist ist nicht einfach liebe Freunde das ist echt nicht einfach ich kann euch sagen das ist alles das ist alles nicht so leicht hier sehr sehr komplex da muss man wirklich jetzt aufpassen also guck mal es gibt doch hier diesen diesen Kunststoff Blueprint genau da kommen 20 Teile raus und hier kommen auch nochmal 20 Teile raus so dann haben wir schon mal 40 Kunststoffteile ich glaube das reicht auch tatsächlich für eine Behälterproduktion dann haben wir nämlich auch gleich das Polymerharz sinnvoll benutzt so und genau wir wollten jetzt diese Leitung hier benutzen dann mache ich jetzt mal das nochmal weg dann ist die nämlich können wir die nämlich noch ein bisschen schöner verlegen hier auch gleich direkt wo wir schon mal dabei sind ja machen wir das hier gleich ordentlich genau die kann nämlich direkt dann hier drüben reingehen wenn wir hier schon mal dabei sind dann wird das auch vernünftig gemacht so das heißt bau das mal gleich so genau kann ich da jetzt noch eine Kreuzung dazwischen frickeln ja geht und kann ich da jetzt da oben rangehen ja das geht nice wunderbar dann machen wir das so dann kriegen die schon mal Wasser genau Polymerharz genau das haben wir schon eingestellt jetzt holen wir noch das Polymerharz von unten das wird ja hier produziert gut dass wir das so dicht zusammengebaut haben das war ein planungstechnisch sehr genialer Coup wenn ich das mal sagen darf das war eine sehr geniale Coup und dann würde ich sagen schieb das mal da hinten hin ein Spieler ist im Weg ja ja immer diese Spieler die im Weg stehen schrecklich so Moment jetzt würde ich noch mal gucken wo genau wo noch mal war die Öffnung vielleicht sollte ich mir da gleich mal die Öffnung aufmachen hier so hier genau dass wir es hier hoch lotsen und dann da schon mal einen Splitter hinstellen oder so Förderwand Splitter so dass es da auch reingefördert werden kann vielleicht genau und dann machen wir da die Verbindung hin so nicht genügend Freiraum ah das blöde Rohr mach's weg mach's weg mach alles weg das blöde Rohr ist im Weg warte warte hier hin genau so das muss doch gehen hier warte mal ich mach's doch noch ein bisschen mehr hier hin ja so und dann machst du das dein so dann so und dann hier nochmal eine Kreuzung in die Mitte und dann da rein so alles wunderbar und jetzt einen Lift nach unten und dann fädeln wir das da einfach so hinein haha wunderbar so damit haben wir schon mal jetzt den Kunststoff am Start für die Behälter hat ja jetzt lang genug gedauert nicht schlecht es kommt ja auch nur Kunststoff raus oder genau es kommt nur Kunststoff raus bei dieser Anlage so da ja da nur Kunststoff rauskommt können wir ja hier nochmal ein bisschen ein bisschen noch was vorbauen eigentlich und dann machen wir die Behälterproduktion ungefähr in dem Abstand einfach direkt davor da brauchen wir ja dann hier die Konstruktoren dafür können wir das jetzt einfach hier direkt davor stellen zwei Stück zwei Konstruktoren müssten eigentlich locker ausreichen eigentlich warte mal fusioniere erst mal beide Outputs hier in die Mitte genau so und so und dann bau da mal einen Splitter hin so und dann bau da mal die Konstruktoren hin genau und dann hier noch einen genau und dann wähl da mal aus leerer Kanister und hier auch noch leerer Kanister so die oh 30 pro Minute okay dann bräuchten wir theoretisch noch eine Raffinerie die Kunststoff verarbeitet aber gut das ist ja das geht ja so 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 und dann nochmal so und die müssen wir noch anschließen hier hinten habe ich die eigentlich schon an Strom dran ne habe ich noch nicht hau die mal an Strom ran hatte ich hier nicht hatte ich nicht ne hatte ich nicht gemacht Moment dann stell mal hier den Mast dazwischen ja da hin und dann hauen wir das mal hier ran und dann können die ja schon mal produzieren es geht gerade echt hier nur um die Verpackung das ist echt heftig wenn man so drüber nachdenkt so das läuft jetzt auch ah hier braucht es noch ein Blueprint genau Kunststoffreste jawohl so die laufen jetzt hier brauchen wir okay Blueprints sind ja schon am Start dann können wir ja auch den Strom jetzt anschließen so Verpackung läuft Verpackung ist am Start das reicht auch mehr brauchen wir da gar nicht genau die Verpackung müssen jetzt nach da ne Moment die müssen jetzt eigentlich hier auf der Ebene bleiben gesetzt dem Fall dass wir jetzt hier daneben direkt die Nitrit äh die Quatsch die verpackte Schwefelsäure produzieren und das würde ich jetzt auch tatsächlich so machen dass wir das jetzt direkt hier drüben nebenan machen weil hier jetzt eh auch gerade schon das Schwefelsäure Rohr lang geht ich weiß jetzt gerade nicht wie viel Schwefelsäure unten verbraucht wird gegebenenfalls müssen wir nochmal ein zweites Rohr anlegen jetzt spreng ich hier erstmal den Wahnsinn hier weg gegebenenfalls brauchen wir noch ein zweites Schwefelsäure Rohr muss ich mal gucken wie wir das am besten hinkriegen bin ich jetzt gerade nicht so bin ich mir jetzt gerade noch nicht im Klaren drüber kann ich jetzt noch nicht genau sagen so da kommt ja eh nur diese verpackte Schwefelsäure vorne raus ne da kommt ja gar kein ne Quatsch Moment doch ja genau da kommt die verpackte Schwefelsäure vorne da kommt ja nichts anderes raus ne bei dem Blueprint ja genau da kommt nur das raus und da brauchen wir ja mindestens jetzt okay 24 Kanister pro Minute wie viel werden produziert in einer Anlage hier 24, 60 okay also 120 ja dann können wir einige Anlagen davon aufstellen auf jeden Fall dann stellen wir jetzt hier einfach mal weiß ich nicht drei drei Stück auf ich weiß jetzt nicht wie viel unten nochmal gebraucht wurde habe ich schon wieder vergessen auf jeden Fall das müsste eigentlich ausreichen vielleicht warte mal wir können sie noch ein bisschen weiter zurücknehmen noch ein bisschen weiter nach hinten noch aufstellen damit wir näher an den damit wir da vorne mehr Platz haben für die für die anderen Dinge die da noch hinkommen die Leitungen und so also die Förderbänder meine ich besser ist es so warte mal ich muss mal den Baum hier noch weg genau da wollte er schon das Knöpfchen zünden sehr schön komm bam und dann machen wir entsprechend die Schwefelsäureverteilung so so und dann das da rein das da rein das da rein ja es ist schon echt mega komplex das kann man wirklich man kann es nicht oft genug betonen wie komplex das hier eigentlich ist mit der Purex Mod so dann lassen wir das nämlich da lang lotsen dann holen wir uns von hier die anderen Behälter noch bestimmt entdecke ich gleich wieder irgendwas was fehlt vielleicht geht mir bestimmt wieder das Schuh auf dass ich hier überhaupt noch durchsehe ohne in letzter Zeit einmal auf die Tafel geschaut zu haben ist gerade ziemlich beeindruckend aber jetzt gerade ist es auch relativ straight forward man weiß jetzt eigentlich gerade ganz gut was man eigentlich gerade alles braucht jetzt gerade ist es halbwegs übersichtlich Kaffeetasse jetzt brauche ich erstmal die Kaffeetasse genau so dann machen wir hier Package Zulfurate Assets immer schön das Acid verpacken meine lieben Freunde lasst euch nicht mit unausgepackten uneingepackten Acid erwischen ist ein guter Tipp an der Stelle genau wunderschön Strom Strom brauchen wir noch ich stelle mal den Mast hier dazwischen da war er gerade genau und dann verbinden wir mal diese Anlage und diese Anlage und diese Anlage und dann produzieren die uns hier nämlich wunderschöne Package Zulfurate Acid und die lassen wir jetzt nach unten lotsen und zwar hier an der Stelle mit einem Förderband und da muss ich jetzt mal gucken das ist jetzt hier ein bisschen kompliziert wegen dem blöden wegen dem blöden Untergrund hier warte mal dann lassen wir das mal ein bisschen weiter wegnehmen hier kriegen wir da eine Line ja da kriegen wir eine Line sehr gut kriege ich das auch da oben rein in die Line ja dann ist alles gut ziehen wir das einfach hier vorne hin an den Rand und von dort aus geht es dann nach unten jetzt muss ich noch mal gucken so oder so ich glaube so bestimmt falsch nee es ist richtig tatsächlich oh das ist ja schon belegt da an der Stelle okay warte dann müssen wir es müssen wir es etwas weiter nach vorne noch nehmen nehmen sie es nach vorne so und dann so ja genau jetzt können wir ganz nach unten oder fast Moment dreh es da hin und dann genau hier wieder runter sehr nice und da sind unsere Anlagen wo wir dann den Stoff drin brauchen nice wunderschön da freut er sich der Substanzen Baron dann mach doch gleich mal da einen Splitter hin so und wir haben die Sulfuric Acids an ihr Ziel gebracht nice und dann muss ich mal gucken was wir da noch gebraucht hatten das habe ich nämlich schon wieder vergessen so jawoll no power ah ja genau Strom Strom fehlt noch da stellen wir mal ein Mast dazwischen da ist nämlich noch was frei sehr schön gut und jetzt müssen wir mal gucken wir brauchen noch das Zeug glaube ich ich schließe trotzdem schon mal jetzt den Strom an und dann machen wir hier mal Uranium Separator genau jetzt brauchen wir noch Nitrit Acid und Nitrit Acid war doch hier drin oder ja jawoll und sieht sogar halbwegs gut aus nicht schlecht nice wir haben es Uranium Separator am Start alter Schwede okay so und da muss ich jetzt noch mal auf die Tafel gucken jetzt weiß ich nämlich ab hier nicht mehr weiter ähm wo hatte ich denn meine letzte Tafel aufgestellt hier hier stand eine ich wusste es also Uranium Separator haben wir jetzt geht es wieder in der Raffinerie und zwar genau mit dem Isotopen Wasser zusammen das heißt jetzt wird es wieder strahlend unsere Zukunft wird jetzt wieder strahlend das heißt ich brauche jetzt da drüben von dem Isotopen Wasser brauche ich jetzt einen Ausgang äh ich gehe mal hier runter und ziehe mal direkt meinen Schutzanzug an jetzt müssen wir nämlich da rüber gehen wieder das heißt wie viel Isotopen Wasser brauchen wir denn da lohnt es sich das direkt da gegenüber aufzustellen ist so die erste Frage oder ist das zu wenig äh müssen wir da noch ein bisschen nicht genügend Freiraum was warum nicht wegen dem Ding jetzt hier oben oder ist nicht das was du mir hier sagen willst gerade tatsächlich okay warte ich stelle erst mal random ein so ein Ding auf ich will erst mal wissen Uranium Separator was war jetzt was wir brauchten ich muss auch mal drauf gucken ich habe es schon wieder vergessen Moment was war das jetzt Isotopen Wasser geht in der Raffinerie Uranium Separator geht auch rein raus kommen Plutonium Wasser und Uranium Pellets ah Uranium Pellets ne Moment ja doch Uranium Pellets was also die Dinger ja genau genau separator 12 pro Minute und Radio Isotopen Wasser wie viel Isotopen Wasser kommt denn hier raus 12 plus 2 also mal 2 sind 24 und wir brauchen 18 ja gut das passt dann eine Anlage wird von 2 Anlagen wunderbar versorgt eigentlich geht ein bisschen was über aber das ist ok das könnte man theoretisch einen Ausgleichsbehälter füllen aber prinzipiell müsste das eigentlich so gut funktionieren na gut dann machen wir einfach jetzt hier eine eine Verbindung und zwar mache ich das jetzt einfach mal so so dass es gerade ist so nach oben und dann hier rüber auf der andere Seite mache das mal mit einem separaten Ständer und dann gehen wir da rein und dann von da rüber und dann entsprechend mit einer Kreuzung scheiße Moment das das haben wir gleich so genau das müsste gehen eigentlich ja geht auch hervorragend Energie brauchen wir die haben wir hier hinten geht das überhaupt so weit nach hinten ja geht alles so da haben wir schon den nächsten Schritt nicht schlecht jetzt geht es hier Schlag auf Schlag meine lieben Freunde nicht schlecht muss ich jetzt mal sagen da bin ich gerade ziemlich zufrieden also ja wir müssen natürlich noch die den separator ist das jetzt eigentlich eine Flüssigkeit oder ist das ein verpackter ist das eine Flüssigkeit oder der Uranium separator muss ich jetzt mal gucken ne Moment das kann keine Flüssigkeit sein wir haben ja nicht zwei Flüssigkeitseingänge es müsste ein Behälter sein eigentlich oder etwas in einem Behälter müssen wir mal schauen ist das jetzt fest oder ist das flüssig das ist fest Teile pro Minute ist immer fest glaube ich denke ich mal ja sollte eigentlich so sein dann machen wir da mal einen Fusionator hin hier hin so und hier auch oder obwohl warte den einen Fusionator merke ich gerade brauchen wir gar nicht mach den mal wieder weg und zieh das einfach da rein und da rein es ist doch ist doch richtig oder ich bin mir jetzt gerade nicht sicher warte mal ist das richtig kommt das raus ja hier ist er haha Uranium Separator meine lieben Freunde nicht schlecht das sieht irgendwie cool aus wie so ne ist ein bisschen wie so ne abgespacede Karaffe Wein die man so zum Abendessen auf den Tisch stellt irgendwie nicht schlecht aber das ist bestimmt nicht so gesund wenn man das zum Abendessen konsumiert das Zeug würde ich nicht empfehlen glaube ich so gesundheitstechnisch spricht einiges dagegen gut dann losen man das mal runter und dann da hinten hin genau ich hoffe ich habe jetzt noch genug Material um das jetzt noch durchzuziehen hier ich will jetzt nicht noch mal neues Material holen aber es sieht eigentlich bis jetzt gut aus dann wird es gerade genau ja Wahnsinn ey also wir haben die purex mod fast bezwungen da fehlt jetzt ja nicht mehr viel eigentlich ich brauche es fehlt mein Schutzanzug der fehlt auf jeden Fall der Schutzanzug ohne Schutzanzug sollte man das hier nicht versuchen zu bezwingen die purex mod so und jetzt einfach erst mal hier rein wir haben ja eh nicht mehr Material erst mal für nur eine Anlage jetzt schön zickzack hier herrlich und da geht er hinein das ist prima und es kommt raus was zur Hölle ist das Plutoniumwasser oh Gott ah ja stimmt Plutoniumwasser ist jetzt der nächste Schritt natürlich ach du scheiße wie das strahlt er ist heftig Plutoniumwasser ist ja jetzt der nächste Schritt da brauchen wir jetzt dann entsprechend da drüben mal nachgucken wo ist die Tafel da drüben ist die Tafel alter das strahlt voll heftig das ist richtig extrem jetzt gut dass wir das alles da bündeln mit der Strahlung äh genau Plutoniumwasser geht jetzt auch wieder in der Raffinerie zusammen mit Hydrogen Peroxid genau und Hydrogen Peroxid haben wir noch gar nicht richtig berücksichtigt jetzt auch dafür brauchen wir wieder Kanister aber das kann sein dass die wieder im Kreislauf laufen weil es war nur die Rede davon dass nur ein Kanister verbraucht wird und nicht wieder rauskommt ich glaube das ist der hier von den Uran Pellets das heißt das müsste eigentlich gehen so hoffe ich jetzt mal Wasser und Empty Kanister aber Moment mal Empty Kanister und Wasser und dann Hydrogen Peroxid ist das derselbe die selbe Kombination wie für abgepacktes Wasser bauen mal eine Raffinerie hier hin ich muss mal grad checken ist das komplex das ist heftig hier genau das war dieses komische Zeug von dem ich mich schon gewundert hab was es ist ein Kubikmeter Wasser und ein leerer Kanister sechs pro Minute jeweils okay das ist gar nicht mal so viel gibt aber auch nur sechs Teile pro Minute wie viel brauchen wir denn in der Verarbeitung dann entsprechend wahrscheinlich dann für genau für Plutonium Pellets brauchen wir neun pro Minute also brauchen wir mindestens zwei Anlagen um eine Anlage mit Plutonium Pellets zu betreiben okay also brauchen wir erstmal Behälter und Wasser das kann ich ja eigentlich oben bauen da habe ich ja beide Komponenten da habe ich Behälter und Wasser die Frage ist nur muss ich jetzt da neue Behälter zuführen oder nicht oder kann ich einfach die wieder im Kreis laufen lassen stimmt das wollte ich gerade beantworten die Frage ich bin auch schnauert mal wir werden es ja sehen bei Uran Pellets ne Plutonium Pellets als Ergebnis kommt raus Flüssigkeit und okay also da werden die Behälter auch verbaut also müssen wir die Behälter Produktion teilen da oben ein Teil davon geht an die Hydrogen Peroxyd Verarbeitung Verpackung und ein anderer Teil geht an die Sulfuric Acid Verpackung oh Gott alles gut mit Logik kommt man hier sehr weit meine lieben Freunde kriegen wir hin kriegen wir hin kriegen wir alles hin muss schauen dass ich das jetzt an der richtigen Stelle mache damit ich möglichst das effizient aufbaue effizient und effektiv mit kurzen Wegen und so so hier war die Verpackung von oh keine Kanister mehr was da los was steht hier steht ich muss mal gucken warum es steht achso sehr schlau Herr Spielwehr sie sollten das auch anschließen aber hier habe ich es angeschlossen oder hier gibt es keinen Kunststoff mehr warum kommt hier nichts mehr weil kein Harz mehr kommt warum kommt kein Harz mehr weil unten die Säure voll gelaufen ist also hier ja okay warte ich lösche das mal schnell damit wenigstens ein bisschen was wieder durch schläuft dann muss ich mal schauen ob wir diese Verarbeitung hiervon noch mal ein bisschen steigern können zufällig das muss ich natürlich auch alles erst mal so ein balancieren das wird jetzt nicht von anfang an direkt rund laufen ich muss dann auch noch mal die die zahlen komplett noch mal abchecken ob alles halbwegs passt ob jede anlage im verhältnis zur nächsten anlage genug produziert und verbraucht und hast du nicht gesehen das ist jetzt erst mal wirklich nur so der roh durchlauf bahnzellen herzustellen und ich sehe schon das wird jetzt auch wieder etwas schwieriger tatsächlich weil jetzt hier wieder ein kleiner engpass am start ist so warte wir haben 24 kann das jetzt mal rechnen mal 2 hat was jetzt gemacht 2 anlagen sind das hier oder sind das 3 warte ne es sind 3 anlagen 24 mal 3 das sind ja das ist ja scheiße das geht ja gar nicht auf das geht ja gar nicht da brauchen wir ja mehr mehr kanister noch das sind ja oh ich rechne gerade im kauf 48 das sind ja 72 die da gebraucht werden eigentlich das sind ja 72 dann haben wir 3 mal 12 36 und werden die auch gebraucht unten die 36 oder können wir vielleicht einen weg machen 18 36 ja doch die werden gebraucht also das müssen wir auf jeden Fall realisieren das heißt wir brauchen noch mehr mehr Kunststoff noch also sollte ich vielleicht doch aus der einen Ölanlage noch ein bisschen mehr Kunststoff machen damit wir da dann noch ein bisschen mehr behälter aus öl herstellen so als ergänzung für die behälter die hier noch reinkommen ich glaube das ist ganz gut weil sonst kommen wir mit den behältern nicht klar wenn wir da ja noch wasser verpacken müssen oder beziehungsweise nicht verpacken sondern hier zu dem hydrogen zeugs umwandeln müssen dann würde ich hier jetzt nochmal auf jeden Fall eine ölproduktion also eine ölverarbeitung aufbauen ach das war ja das war fehl dass wir hier nochmal eine produktion für kunststoff machen einfach da hätte ich ja hier die raffinerie die ich schon mal gesetzt habe gar nicht wegmachen brauchen hier hatte ich nämlich schon mal eine aufgebaut jetzt muss ich mal gucken was waren da eigentlich das abfallprodukt da war dann wieder hier hier resttreibstoff genau hier restöl kam dann ja da wieder raus genau wenn wir das aus schweröl machen hier aus rohöl kommt schweröl raus so aber dafür kriegen wir hier mehr teile obwohl eigentlich nicht 20 egal was muss das muss meine lieben freunde was muss das muss da machen wir einfach jetzt die doppelte menge an behältern also es wurde ja irgendwie von irgendwem gesagt von wegen ja ich brauche ja gar keine behälter machen weil die laufen ja eh im kreis aber nee das ist leider nicht so das ist zumindest nur bei der einen anlage da hinten ist es so bei den anderen beiden wo man behälter braucht ist es leider nicht so da laufen sie leider da muss man leider welche produzieren weil sie verbraucht werden leider leider so damit kann ich auch keine raffinerien mehr aufbauen jetzt da habe ich jetzt dann die spitze erreicht und zum glück haben wir ja hier jetzt muss ich schon mal gucken welche ist jetzt die die noch angeschlossen ist wir haben nämlich eine da drüben rüber geführt für die nuklear solvent produktion ich schau einfach mal wir werden ja sehen welche dann leer läuft ich glaube es war die die ich jetzt habe ja 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 was geht das überhaupt hier muss eigentlich ja geht alles geht alles geht alles genau nice warte stellts da drauf danke wunderschön und dann einmal hier so da brauchen wir eh nur einmal öl was anderes kommt ja hier gar nicht rein in die raffinerien ich mache das jetzt schnell schnell hier damit wir ein bisschen schnell zu potte kommen wusch na kommt da was durch wenn nichts durch kommt habe ich das falsche rohr angeschlossen ah es kommt was durch wusch okay sehr schön meine lieben freunde sehr schön damit werden wir dann entsprechend noch mal behälter herstellen und werden dann noch mal ein bisschen alter das wird hier schon wieder so eine riesige anlage nicht schlecht aber so ist das so muss das darauf läuft es ja letztendlich hinaus in sucht this factory nicht wahr wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt Satisfactory auch zu spielen ihr könnt euch das gerne holen im epic store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem creator tag spielbär mit ae kaufen das wird für euch dann nicht teurer aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen anteil am kaufspreis den epic zahlt den müsst ihr nicht bezahlen für euch wird es nicht teurer ihr